Das Berliner Stadtschloss, geliebt und gehasst und wohl einer der widersprüchlichsten Orte in dieser Stadt. Einst war es Sitz der preußischen Könige und späteren deutschen Kaiser. Nach der Monarchie fungierte es noch in den goldenen 20er Jahren als Museum, bis es nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört, abgerissen wurde. An dieser Stelle entstand dann später der Palast der Republik. 2008, nach langer Diskussion, entschied man sich dazu, das Stadtschloss wieder aufzubauen. Was bleibt, ist eine originalgetreue, zumindest originalgetreue Fassade, denn das neue Stadtschloss soll nicht unbedingt anknüpfen an die alten Zeiten, sondern in die Zukunft weisen. Es bekommt den neuen Namen Humboldt Forum und in ihrem Inneren sind viele kulturelle Veranstaltungen geplant und es beherbergt natürlich auch die Museen der ethnologischen Sammlung, die Kulturen der Welt. Auch sehr umstritten. Trotzdem möchte ich heute einen kleinen Spaziergang machen, um mir das Stadtschloss mal so anzugucken. Und dann hat es auch ein bisschen, das kann man, wie es man nicht mehr gibt. Und das hat sich immer noch über das Stadtschloss mal so anzugucken. Und dann kann man sich da ein paar hubertige kulturellen Treffen. Und dann hat es auch ein paar Tage, bis immer wieder in dem Stadtschloss versammelt. Und dann halt es dann auch ein paar Jahre. Schöen und Frechleid. Und dann schadet es einfach mal so anzugucken. Und dann kann man sich um dieses Absatz zu kommen. Und dann wird das Stadtschloss haben. Und dann kommt mir das Stadtschloss ab. Und dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020